Ende des Monats ist am Brucker Hauptplatz wieder einiges los. Vom 25. bis zum 27. August veranstaltet die Stadt ein großes Fest mit einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie. Es wird geben einen Vergnügungspark für die sozusagen Kids, für die Junggebliebenen, für alle, die sich vergnügen wollen. Wir haben einen ganz tollen Vergnügungspark mit Autotraum, mit Twister, mit Avenger und wie die Dinge alle heißen. Aber auch eine Achterbahn für die Kleineren, ein Kinderkarussell und um die Eltern zu bespaßen, gibt es am Hauptplatz viel Livemusik und Kulinarik. Für Kulinarik und gute Schmankerl aus der Brucker Küche sorgen die Weinerei, die Macherei und das Miramonti. Also wir machen Pizza live mit dem Pizzaofen unten vor die Leute, die macht man vegetarisch oder mit dem Hans-Bauer Prosciutto, den wir im Programm haben. Dann gibt es steirische Kässpätzle und einen Steirer Salat mit warmen Erdapferl, knusprigen Speckwürferl, Kernohldressing. Was bei keinem Fest fehlen darf, ist gute Musik. Und auch dafür ist natürlich gesorgt. Beginnend mit Manuel Mascher, Oliver Heid, Sternenstaub, die gerade jetzt wieder im Aufstehen sind, einen tollen Frühschoppen am Sonntag mit dem Lamingtal-Trio und mit Sisters & Dorn. Also ein buntes Programm für die ganze Familie am Brucker Hauptplatz. Wer also den Sommer in Bruck mit guter Unterhaltung und viel Spaß ausklingen lassen will, sollte beim Familienfest vorbeischauen.